Soll ich ihn weg? Nein. Falls ich ihn ablenke. Schade, ich dachte, er hält noch mal seinen Kopf drunter. Und er hat mich auch noch keinen Kopf vor. Und er hat sich jetzt noch einen Kopf und ein Kuchen. Und dann müssen wir noch mal den Kopf. Ich habe das eine Kuchen. Ich mache das ein, ich habe das eine Kuchen. Ich mache das eine Kuchen. Ich mache das eine Kuchen. Okay. Vielen Dank.